Heinrich Anselm von Ziegler und Klipphausen auch Heinrich Anselm von Ziegler und Klipphausen war ein deutscher Roman-Schriftsteller und Historiograf. Leben Der Sohn eines Gutsbesitzers wurde auf dem Rittergut Ratmeritz, dem Standort des später dort von seinem Bruder Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen errichteten Stifts Joachim Stein, geboren. Er besuchte das Gymnasium in Görlitz und studierte 1680 bis 1684 Jura und Literatur in Frankfurt. Danach lebte und arbeitete er auf seinen Gütern in Niederländer und Probsthain, später in Podelwitz und Altkültitz und zuletzt in Lebert-Wolkwitz, wo er auch verstarb. Seit 1689 war er Stiftsrat in Wurzen. Zieglers bedeutendstes Werk war der Roman Asiatische Barnis oder das blutig doch mutige Pegu von 1689. Die Handlung vermischte Elemente des Staatsromans mit abenteuerlicher Exotik. Sowohl Reiseberichte als auch historische Quellen wurden von Ziegler verwendet. Das Werk war sehr erfolgreich und wurde bis weit ins 18. Jahrhundert hinein neu aufgelegt. Noch bei Karl Philipp Moritz ist die Barni seine heimliche Lektüre des jungen Anton Reiser, die er gleichsam mit unerseitlicher Begehrde verschlang. In einer Vielzahl von Romanen, Opern und anderen Werken wurde Zieglers Thema immer wieder variiert und nachgeahmt. Johann Georg Hammann verfasste 1721 eine Fortsetzung des Romans. Friedrich Mechior Grimm dramatisierte ihn als Barnis ein Trauerspiel. Auf diese Dramatisierung bezieht sich Goethe, wenn er im Wilhelm Meister Schaum ihrem den Bösewicht aus dem Roman erwähnt. Eine historisch-kritische Ausgabe des Romans erschien 2010. Barnis ist ein Anagramm des Vornamens von Zieglers Ehefrau Sabine von Lindenau aus dem Hausmachern. Werke Der tapfere Heraklius 1687 Die asiatische Barnis oder das blutig doch mutige Pegu 1689 Heldenliebe der Schrift Alten Testaments in 16 Anmutigen Liebesbegebenheiten 1691 Täglicher Schauplatz der Zeit 1695 Die löbische Talistris 1696 Historisches Labyrinth der Zeit 1718 1719 18 ganz Hitler 202 211 241 228